hallo und willkommen zurück bei 7 days to die mit anduin grüß euch und die frau so wer blündert mit wir blündern schmerzen weg gar nichts passt du hast gesagt rauf da zu dem wäre schild ja genau hätte ich mir gedacht ja okay der fröhliche plünder nachmittag so wie in anduin genannt hat genau ich glaube mal ich mache das auto dazwischen okay es geht ja nicht ohne zung ist das ohne lokation nie durch die man hindurch schießt oder der einfach achtung links also den auf den schießt okay vor der location geht es auch ganz schön super der ist einmal erledigt jetzt gleich schreckt da hinten kommt doch eine kranke schwester wo 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 lo wo 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 Wart eh nix? Ich schau mal, da sind die Jaja, die kriegen dann Zwei sogar Achso, hast du die hintere Krankenschwester Na, gar nix Oh, mani, mani, mani So, das schlafen sich da fröhlich durch die Tür Das werden wir warten Weil wir uns sparen, wie ist das? Popcorn her, Wasserpfeifer Obst du ein Kino Ein Kino Live-Kino Live-Kino Jetzt haben die's bei der Arbeit Ja Die machen sogar zwei Tieren auf Naja, da braucht jeder seinen eigenen Durchgang Äh, wie ist das? Soziale Wirklich nur Ups Kein Sinn für Gemeinsamkeiten Okay Oh, da ist schon ja dringende Pfeile Oh, da dringende Pfeile Äh, da dringende Pfeile Bin schon dringend Okay Nice Ich hab geschaut, ob man ihn rüberlocken kann Ich hab geschaut, ob man ihn rüberlocken kann Oh, da dringende Pfeile Sparen Das wäre jetzt schon dran sein Ich hab einen Ich hab einen leichten Pfeile Hörst du mal auf? Ja, den hätte ich jetzt erledigt Aber ich glaube, dass ich ihn erledigt Mhm Guckt sie nur wo Ja Ich weiß nicht, wie er geht Ja Laufen wir rundherum Ja Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Okay Wie ist das Wie ist das? Das sie so laut sein müssen Das sie so laut sein müssen Ja, da wird ja auch eine Pfeile das ist ja nicht mehr wie viel hm, fast nicht ich bin doch immer hundtet wo? Sicher im Hochflücher. Das erste Dach, wo nichts drauf ist. Du hast mich schon wieder geschreckt. Ich? Ja. Das erste Dach, wo nichts drauf ist oder? Ja, gar nichts. Also weder Loot noch Interlöschen oder sonst so. Ich hab da hier vorne ein paar Zornbien. Ja, dann sind sie jetzt nicht vor. Ja. 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 So, der gibt jetzt eine Ruhe. Ich bin drinnen. Ja, ich spiele mich doch mit den Zombies. Das ist glaube ich Lebensmittel, oder? Jetzt steht der schon wieder auf. Lebensmittel Supermarkt ist das glaube ich. Okay, ich kann die eine Lech nicht mehr ausnehmen. Ich bin voll. So, wow. Was werde ich? Ich werde in den oberen Kasten, Eiskasten vorne, bevor du rausgehst rechts, einiges reinlegen. Zum Stecken. Zum Stecken. Ja. Passt. Alter. So, legen wir mal den Mining Hillen an. Dann wird es wesentlich besser bei dem Ganzen. Dann schlagen wir da die Wand raus. So. Bist du dann geriert? Nein. Okay. Mani, 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 mani. Ja. Sehr schön. So. Okay. So, wo hast du gesagt? Wo hast du? Der obere Teil hier, wo ich stehe. Aber der ist schon voll. Schau mal, ob du was dazugeben kannst. Ja, eigentlich lege ich nicht unten. Passt schon. Achso, ja. Wingen stecken was. Wingen stecken, genau. Hm, das ist Creper. Okay, woll. Jede Menge. Cool. Ah ja. Gut, das Spontanakt ist, glaube ich, kann ich zerlegen. Ja, ich habe auch schon so kreut. Ach, Feuerpfähle wäre ich lernen. Ja, mach das. Ah, ja. Ah, so ein Kaffhaus, es hat schon ein bisschen eine Bereicherung. So, dann gehen wir nochmal nach hinten. So. Ja, ich würde da nochmal was mitnehmen können. Okay. So, da ist noch was. Hier, da ist okay. Wasser. Nix. Das ist jetzt, okay. Kannst du sagen, nix. Oben? Steht oben irgendwas? Na, komm. Ah, oh ja, da. Da ist ein Kaffhaus oben. Man muss immer wieder nach oben schauen. Ja, in die Regale ist ganz gerne oben drauf, dann nur neiner. Ja. So, dann werden wir das da skrippen. Das kann man auskrippen. Bier. Sehr cool. Also, der Abend ist gerettet. Mhm. Gut, dann stack ich mal wieder. Das wird gescrappt. Hoffentlich hat es das Sandwiches vergammelte. Ja, auch nicht so schlecht. Ja, klar. Bier bleibt bei mir. Alles gut. Bier bleibt bei mir. Das kann ich stacken. Oh, du bist drüben. Und unten. Ah, das habe ich auch schon. Cool. Und Papier. Ist oben nicht da Papier. Na. Hast du von hinten alles? Ja. Okay, dann sollten wir die... Die mittelnden Gänge hast du gemacht. Ja. Hinten entlang. Ja. Passt. Dann können wir die... ...Pillbox hier ausräumen. Nimm mal, was du nehmen kannst. Ich würde sagen, ich stecke noch einmal zusammen. Okay. Dann schaust du noch einmal durch. Ich habe, glaube ich, alles gesteckt, was ich stecken kann. Oben fertig? Nein, nur nicht ganz. Okay. Ich habe gesehen, wenn wir da was doppelt haben. So. Jetzt. Okay. So. Du, 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 du. Bottled water. Kann ich... Mit einem Einkaufskorb. Okay. So, ich bin oben fertig. Nehmen wir schon alles mit, oder? Ja. Ja. Warte, lass mich unten rein. Passt, weil dann schauen wir vorne beim Trailerpark nochmal, was wir dort... Mhm. Zusammensteppen können. Kaffeebohnen, Kaffeebohnen, Stoff jetzt. So, du kannst da nochmal rein. Ach so, du bist unten fertig. Ich habe jetzt da alles genommen, ja? Was meinst du? Ne, dass ich oben rein kann, dass ich mitnehme. Ja, passt. Ich wollte gerade unten rein. Nein, passt. So, du pass auf, dass niemand kommt. Ich kann da ja noch was nehmen. Kaffeebohnen hätte, Knochen, Papier, Fett. Nein. Stofffetzen, Spiritus. Nein. Schem. Nein. Und... Bloodpack. Nein. Ja, und Munition habe ich noch. Äh, da liegen ja noch zwei, vier, fünf... Äh, da ist ein Stück drin. Hm, das wird zu viel werden, aber ich kann ja weniger Wichtigeres da lassen. Äh, okay, warte, kann ich irgendwas greppen? Stofffetzen, glaube ich, ja. Das ist nicht so. Knochen, was ist wichtiger, das Plastik oder die Knochen? Plastik haben wir bis jetzt noch nicht verwendet, gell? Ja, weil ich nicht weiß, wie viel. Hm. Aber Knochen haben wir jede Menge, dann lasse ich die Knochen da und die Stofffetzen. Ja. Das Plastik mit. So. Und das Ganze. Wir putzen, Trailerpack. Was da? Ja. Sag mal, wenn man so eine Leiche drüberläuft, ich wirbe da langsamer. Ja. Ah ja. Na ja, was da jetzt, glaubst du in den Gedämen und so hängen? Flatsch, flatsch. Aha. So, und da vorne war der... Ja, da vorne war er, Gott, da. So, ich fange mal bei der Kühlbox an. Mhm. Also, ich... Was du draufstecken kannst. Was ich zusammenschlechten kann. Und ich bei dem Ofen. Ja, bitte, da geht ja schon was. Ja, jetzt wird's heftig. Spiritus. Jawohl. Kleber. War nicht schlecht. Bei mir ist es schon. Okay. In dem Gelände. Bei mir auch. Komm, wir umdrehen. Und schaust du da nochmal rein. Ja. Stoff wird's noch hier oben lassen. Papier kann ich noch. Kohle kann ich noch. Kleber. Na, auch nicht, auch nicht. Ich würd sagen, nein, auch nicht. So, was, was hätt ich, was immer. Steine, Holz. Äh, diese Gräser, Pflanzenfaser, halt. Das könnte man vielleicht noch stecken, dann kriegt einer drei Felder frei. Ja. Ich hab Gräser, ich hab Steine, ich hab Holz. Gut, dann lege meine drei da rein. Okay. Und dafür nehmen wir das Fleisch mit. Ja. Die Kartoffelsaat. Da drüben hat sich ein Huhn eingebaut. Mit dem Gitter. Ah ja, ich sieh's. Siehst du's? Ja. Okay. Ups. Okay. Ich hab ein paar Steine da gelassen. Gut, ist nicht so tragisch, streng. Nein. So, jetzt bauen wir das hier. Und, ist drin. Okay, und. Wir sind eigentlich gut in der Zeit. Wir müssen ja schon wieder 19 Uhr. Ja, stimmt. Lauf, 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 lauf. Ja, beim Retourlaufen, Fiedern. Ja, ich kann nix mehr aufnehmen. Auch keine Fiedern. Ah, bin auch voll. Ganz genau, 250. Na gut, dann geht's. Retour. Gerade im Weg, Retour. So, jetzt zieh die Vogel nächstern auch dabei. Ah. Aha, jetzt haben wir von rechts. Ja, ich lauf. Gerade schnurstracks auf mein Bettchen zu. Äh, Zombie. Nicht im Weg stehen. Lauf, Fieschen, lauf. Das ist schon ja, dass er nicht im Tücher. Hm? Ah, na, die Hütte, das hat ja mal vorhin ja gesehen. Pff, pff, pff. Hauf, haf, haf. Na, schau. Und da wäre das Zeltlager. Mhm. Apropos, da haben wir keinen Baumstumpfkantel. War aber leer. Ich denke schon, dass wir das mal gemacht haben. Nein, nein, wir waren noch nicht durchgesucht. Ah, okay. Das siegst, den Zeltlager, wenn wir auch was reingelegt. Und das alte. Wir haben, glaube ich, überall schon was reingelegt. Ja, doch mal. Trillerpark haben jetzt alles mit. Also, ich bin nahe unserer Hütte. Hütte ist gut. Ich sehe sie schon. Ich auch. Ah ja, da vorne laufst. So, ich wechselt auf die Pistole. Ich weiß ja nie. Äh, ja. Dagegen gibt es ja immer wieder die Tülle. Habe ich mir sagen lassen. Selbst habe ich ja noch nie welche getroffen. Ich schieße immer daneben, dann treffe ich sie nicht auch. Genau. Tülle von links, Tülle von links, Tülle von links. Ja, was? Scheiße. Jetzt. Ich habe da irgendwie einen Block drin. Was? Was ist mit dem scheiß Block da jetzt? Ich kann nichts machen. Irgendwas hat nicht... Ich war zwischen einem Holzrahmen und dem Zaun eingeklemmt. Ich kann nicht weglaufen. Nein, nein, nein. Ich habe vor der Haustier schlagen. Das gibt es ja nicht. Okay, 20, 28. Kaffe ich noch Möglichkeit, irgendwo... Äh... Was war das bitte jetzt gerade? Gut, ich räume da mal was. Okay. Hier dürfte man einen Block gesetzt haben und hat mich währenddessen zwischen dem Block eingeklemmt, eingeklemmt, ja. So, ich bin eigentlich vor Ort, innerhalb des Zaunes. Ja, passt ja. Ich nehme nur die äußere Dings auf. Ich sehe deinen Rucksack. Die Blöcke musst weg tun. Oh, ich habe ich gerade gemacht. Ja, super. Sehr gut. Ich komme noch nicht an die Tüle. Musst du nicht. Wir haben so viel Fell. So. Du zertepperst nicht den Zaun. Nein, warte, nein, ich mache das anders. Danke. Hat funktioniert. Ich komme dann lieber mal rein. Dein Rucksack liegt noch draußen. Ich weiß. Ich muss trotzdem Feuer daraus räumen. Geht der verloren? Nein. Wir müssen nicht zusammen prügeln. Darauf schießen ist auch nicht gut. Ich komme dann mal rein. Es wird schon... Es spawnt ja auch auf dem Gemeinde, ne? Jupp. Mhm. Mhm. Biest. Ich bin da. Das ist ja... Die sind so ekel. Also... Die sind so... So. Gut. Wir werden jetzt schnell... ...eah, zack gehen. Äh, soll ich dich bei uns jetzt geben? Ich bin aber komplett voll. Ich musste ja erst auswanderen. Bei Mittellaufen kostet ja nichts. So. Du hast einen Rahmen für das Minipack auch schon dringend, oder? Ja, denke schon. Gut gesehen. Ja. Aber fürs Zusammenbauen müssen wir das Buch lernen, oder so. Mhm. Das fehlt mir. Bist du sicher, dass du im Haus bist? Ja. Ich überlege gerade... Ja. Ja. Ah, jetzt geht er. Das Licht von meinen Händen... Du könntest dir zur Zugbrücke stellen. Ah, okay. Na, ich hab... Ja, ich komm gleich runter. Bin... ...gleich einen Teil los. Da ist zumindest ein bisschen Platz drinnen. Ja, ich stell mich runter. Na, na, geht schon, geht schon. Na, doch, ich stell mich runter. Im Moment ist komplett ruhig. Ich geh ja nicht wirklich raus, ich will nur meinen Rucksack aufnehmen. Der, wo es verdammtes Blut liegt. Was ist er? Wo sie singen, ob er... Eigentlich müsste ganz ein Bär sein. Hm, nein. Ah, ja. Ah, ja. Okay. Oh, ja. Ah, ich weiß. Was ist das? Oh, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Wie, 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 wie... Wie, 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 wie? Wie, 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 wie... Ich habe keine gute Frames, die liegen da draußen, und kein Holz noch? Kein Holz, weil das haben wir zusammengestockt. Naja, wie dem auch sei. Lauf, André, Lauf! Die Folge ist auch schon wieder vorüber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und im Rucksack werden wir dann am nächsten Morgen mitnehmen. Ja, schaut wieder zu, wenn wir versuchen, anderes Zeug zu retten. Also dann, tschau! Tschüss!